Und wenn er Geld hat, und wenn er nett ist, und sein Kragen ist auch werktagsrei, und wenn er weiß, was sich bei einer da verschiebt, dann sage ich ihm, nein. Da behält man seinen Kopf oben und man bleibt ganz allgemein. Sicher scheint der Mond die ganze Nacht, sicher wird das Boot am Ufer losgemacht, aber weiter kann nichts sein. Ja, da kann man sich doch nicht nur hinlegen, Ja, da muss man kalt und herzlos sein. Ja, da könnte so viel geschehen. Ja, da gibt's überhaupt nur... Nein. Der erste, der kam, war ein Mann aus Kett, und der war, wie ein Mann sein soll. Der zweite, der hatte drei Schiffe im Hafen, Der dritte, der war auch mir tot. Und als sie Geld hatten, und als sie nett waren, und ihr Kragen war werktagsrei, und als sie wussten, was sich bei einer da verschiebt, Dann sagte ich ihnen, nein. Da behielt ich meinen Kopf oben und ich blieb ganz allgemein. Sicher schien der Mond die ganze Nacht, sicher war das Boot am Ufer losgemacht, aber weiter konnte nichts sein. Ja, da konnte ich mich doch nicht nur hinlegen, Ja, da musste ich kalt und herzlos sein, Ja, da könnte so viel geschehen, Ja, da gab's überhaupt nur... Nein. Jedoch meines Tages, und der Tag, der war blau, kam einer, der mich nicht bat. Der hängte seinen Hut an den Nagel meiner Kammer, Und ich wusste nicht mehr, was ich tat. Und als er kein Geld hatte, und als er nicht nett war, Und sein Kragen war auch sonntags nicht rein, Und als er nicht wusste, was sich bei einer da schiebt, Zu ihm sagte ich nicht, nein. Da behielt ich meinen Kopf nicht nur, Und ich blieb ganz allgemein. Es schien der Mond die ganze Nacht, Es war das Boot am Ufer festgebrannt, Und es konnte gar nicht anders sein. Ja, da musste ich mich einfach hinlegen, Ja, da konnte ich doch nicht kalt und herzlos sein, Ja, da musste so viel geschehen, Ja, da gab's überhaupt kein... Nein. So!